Wir müssen weitermachen, ohne lange Pause, aber worum geht es? Ich habe die Pause gleich genutzt, du musst es essen. Setzen wir das fort, das Thema. Wir haben ja erkannt, dass es dort eine Unterbrechung gab, also zum Beispiel bei Putsch, in Chile bis dahin, Pinochet wurde durch den Putsch beseitigt, bei der Staat ist so den Putsch noch existiert und danach ist halt eine Putschregierung dran. Putschregierung ist ungefähr so wie ein Banküberfall. Das ist ein Vorschein, da steht gerade ein Karte aus, so ein Drucker, legt da eine Karte rein, plötzlich kommen die Bankräuber, besetzen die Bank und dann machen die die Regeln. Aber es ist doch nicht so, selbst wenn der Bank gerade 100 Jahre her ist und sich gerne darum kümmert, dass das wieder in Ordnung kommt, dass den Bankräubern rechtmäßig die Bank gehört. Ist das so? Bankraub ist ein Bankraub, ein Putsch ist ein Putsch. Eine Putschregierung wird nie staatlich. So, was ist denn vorgefallen? Am 18.10.1918 hat der Soldatenrat, aufgrund dessen, dass es damals in Sarajevo diese Attentat gegeben hat, wo auf das Kronprinzenpaar eine Bombe gerufen wurde und dann, nachdem sie sich zurückgezogen hatten, in die Werkstrecke weitergefahren sind, noch einmal Pistolenschüsse abgegeben wurden, wo also der Prinz und die Prinzessin sozusagen getötet worden sind und darauf hat Österreich-Ungarn den Bundesfall ausgelöst, der dazu geführt hat, dass der Kaiser sich an dem ersten Weltkrieg beteiligt hat. Und da hat der Soldatenrat gesagt, na wie kann man denn, wenn bloß weil da zwei zu Tote gekommen sind, ein Schlachtfeld anrichten, wo Millionen zu Tote gegangen sind. Das war der Grund, dem Kaiser den Grund für den Krieg in die Schuhe zu schieben. Das ist natürlich eine böswürdige Unterstellung, die ja eigentlich doch nichts gerechtfertigt ist. Der Kaiser hat bloß gesagt, bevor die Amis hier in die Kanzel 1914 einmarschieren, da mache ich einen Waffenstillstand. Also man wollte im Prinzip verhindern, dass der Krieg sich weiter ausweitet. Man muss ja auch sehen, dass die Leute, die das Attentat für Sarajevo vorbereitet hatten und auch die gegnerischen Armeen mit Waffen ausgestattet hatten, diesen ersten Weltkrieg gewollt haben. Der Kaiser hat mir ja nicht gewollt. Hatten immer eine Bündnisverpflichtung unterschrieben, das Königreich Österreich-Ungarn war auf 180, kann man sich ja vorstellen. Heutzutage sind Terroranschläge fast normal. Es wäre seltsam, wenn in einem Monat ein paar Kinder wären. Damals war das eine absolute Ausnahme. Wenn man sich aber die ganze Zeitleiste mal anguckt, wann was passiert ist. 1917, Sturm Winterpalais, er wurde um die Zornpapel hier. 1914 war das Sarajevo-Anschlag. In Frankreich hat man die Monarchie beseitigt. In Deutschland hat man sie am 28.10., dann ist er am 18. beseitigt. Und zwar, weil Max von Baden mit dem Soldatenrat ausgemacht hat, dass der Kaiser sich nicht vom Thron verzieht, wurde er erschossen werden. Also der Armin sah, da würde eine Kugel seinen Weg finden, wie sie sich ausgedrückt hatten. Und da hat er dann der Kaiser die Neugendlichkeit gesehen, am 29. das Land zu verlassen. Und jetzt muss man sich fragen, wann ist der Eingriff passiert? Der Eingriff ist passiert, nicht durch das Verlassen der Grenze, das hatte ich Ostjahr mal geglaubt, sondern der Eingriff ist passiert, als sich Max von Baden als Reichsverwäser selbst vermächtigt hat. Man muss ja wissen, Reichsverwäser gibt es, und zwar immer dann, wenn das Regierungsoberhaupt handlungsunfähig ist. Also sei es durch Krankheit oder Tod oder durch Attentate oder so auch immer, muss es jemand geben, der die Staatsgeschäfte nach Zwischenzeit weiterführt. Die hat es auch früher schon gegeben. Aber an dem Tag war ein Kind eingesetzt. Max von Baden hat sich selber hingestellt. Normalerweise hätte er direkt vom Volk gewählt werden müssen. Er hätte es eine Wahl gegeben, er hätten aber alle eingeladen werden müssen. Und das, was bei den kalten Gründungen passiert, also wenn die hier, was ist so ein extremes Beispiel, die Gemeinde Neuhaus zum Beispiel. Da haben die sich in irgendeinem Wurzhaus oder irgendwo zusammengehockt und haben gesagt, wir gründen jetzt die Gemeinde Neuhaus neu. Die haben aber keine Siegelrechte, weil die haben ja alle, die dort wohnen, in einem Siegelgebiet zugestimmt. Die können das nur machen, wenn die alle einladen, die überhaupt ballberechtigt sind und die müssen entscheiden, jawohl, wir nutzen die Siegel am 27.10.1918 und setzen das Protokoll 39.50 Sport. Dann wird da was Staatliches entstehen. Wenn ich aber kein Referendum mache, mache ich nur kalte Gründung, also gründliche Handelskonstrukt. Dann hatte ich automatisch noch einmal einen Blick und die Oberuheit über den Weimarer Blick in den ganzen vom 31.12.1937 hatte Frau Merkel. Wir kommen in der Bundesrepublik Deutschland. So, und deswegen funktioniert es da. Und deswegen können auch solche Aktivierungen nur dazu führen, dass die Gemeinden, die schon sicherer im Kaiserwischen Deutschland von 1913 oder 14 stehen, da waren auch im Blick zufallen, wenn sie denn was Aktives gemacht hätten. Aber meistens ist es ja nur, dass der Rest vom Dorf, man nicht mehr wusste, dass irgendwo eine Wahl stattgefunden hat. Also die Nötwahl von den, wie hieß da, Freistaat, Bundesstaat Sachsen, oder das ist ganz furchtbar, die haben an dem Tag eine Versammlung gemacht, 500 Meter neben der Sachsen-Vision. Ich habe bei der Sachsen-Vision pro Tag gemacht und die haben 500 Meter weiter den Freistaat, Bundesstaat Sachsen gekündigt. Wo ich muss sagen, entweder bin ich im Freistaat, da bin ich im Weimarer Blick, oder ich bin im Bundesstaat. Wenn ich im Bundesstaat will, muss ich ein Referendum machen, muss ich alle einladen. So, dann muss ich überlegen, wer wahlberechtigt. Wahlberechtigt wäre, die, die am Tag des Verfassungsnotstands gemeldet sind, also um 17. zum 18. zum 18. zum 19. in der DDR gemeldet worden, oder in der Bundesrepublik gemeldet werden, oder zu dem dauernd im Schutzgebiet gemeldet worden. Die werden am Tag des Verfassungsnotstands wahlberechtigt. Wahlberechtigt sind sie dann, wenn sie drei Monate vor der Wahl ihren Monat genommen haben. Die müssen im Stand eine Unmeldung machen und müssen sich dann hier am Ort der Wahl neu anmelden. Und die Wahlkommission, die muss mit diesem Referendum gegründet werden und die muss auch ein multifiziertes kaiserliches Wahlrecht werden. Deswegen, weil ja, wir haben am 17. 18. 17. diese Diskriminalität gehabt, was wir Staatsverband weggeschnitten haben. So, dort an dem Tag hätte eine Verfassungswahl stattfinden müssen. Darüber hätte entschieden werden müssen, tritt der dritte DDR, der BAD bei oder wird sogar umgedreht. Und rein rechtlich hätte der Rest in uns beitreten müssen. Umgedreht geht es nämlich gar nicht. Der DDR stand nämlich schon im staatlichen Recht und Bundesrepublik noch nicht. Weil die nämlich den Stand vom 5. 12. 1934 erlebt haben. Wir aber nicht. Also wir hätten den Westen retten können aber umgedreht. Aber, wie gesagt, es gibt keine Zufälle, sodass es also jetzt so ist, dass also Mitteldeutschland Wessiland retten muss. Und zwar nicht finanziell, sondern juristisch. Weil die Bundesrepublik ist aufgrund der Rechtsordnung und aufgrund der Weimarer Publik sozusagen aus der Stattlichkeit rausgefallen. Einfach aus dem Fehler. Vermute mal nicht, dass es pure Absicht wäre. Pure Absicht müsste bedeuten, dass Kohl in einer Verstrickung von Kneipp Ritt gehandelt hat. Das ist nicht ganz abwegig, weil Kohl von Kneipp Ritt ja Mitglied ist. Aber das wäre natürlich eine Umstellung, die müsste man auch schon beweisen. Und so weit würde ich mich am ersten Fenster nehmen. Fakt ist aber, dass er es gewusst hat, was hier mit dem Land los ist und dass er, das ist im Protokoll von Bernberg, eine Friedensregelung abgelehnt hat. Russland kann aber hier nicht reinrufen. Russland hat gesagt, vor zehn Jahren eine kleine Abordnung beim Krinin, also das ist der außerordentlich vollmächtige Botschafter, also der dafür ein Besitzer sprechen darf. Und der hat gesagt, wenn ihr zehn Millionen Staatsangehörige findet, dann sorgen wir dafür, dass er international Anerkennung kriegt und dass ihr dann in die richtigen Flächen des Kaserweils einwählen könntet. Oder sechs Millionen wollen meine Hilfe, dann mache ich einen Einmarsch. Also ob das Russen sind oder so, also sechs Millionen sind alleine die Russen, die im Rheinlanden gehen. Wenn die sagen, man Putin hilft, würde da einfach reinmarschieren. Dann hat er gesagt, was ist das denn? Ich kann es nur mit sechs Millionen meine Hilfe fahren. Aber es geht auch anders. Es geht nämlich so, indem wir einfach vor Ablauf dieses Datums im Referendum machen. Also wir gucken uns zum Beispiel das Siegelgebiet aus, nehmen wir mal an, Chemnitz, im Umkreis Chemnitz, wir haben in jedem Briefkasten eine Einladung zur Wahl. Auf der Einladung steht drauf, wer wahlberechtigt ist, müssen wir uns zum Weltamt gehen, müssen nachweisen, wann wir, wo wir an einem Stichstag gemeldet waren. Für mich ist das einfach, ich war im Frühjahr gemeldet, also alles gut. So, oder nach Hoistag die Herleitung machen. Also Vater und Großvater müssen im Bundesstaat geboren sein, aber immer Hoistag. Die Zimmel gestalten nochmal. Und dann sind diejenigen zum sogenannten Referendum eingeladen und die müssen darüber entscheiden, ob die Wahlkommission, die als mindestens ein Leuten besteht, bis zum Schiedsgericht, berechtigt wäre, uns die Rechtsstellung der Staatsangehörigen des Bundesstaates zu geben. Die können uns nicht einbürgern. Das ist aber auch der Fehler, da gemacht worden ist, dass wir also Bundesstaaten gründen und Leute einbürgern wollen, das geht nicht. Einbürgerung ist ein Privileg, was dem Fahrweser vorbehalten bleibt. Er wird Staat vertritt. Du kannst nur Feststellungen machen, weil du als Notstandsleiter tätig bist. Erst wie beim Verkehrsunfall sind zwei Autos aufeinander gebraucht, da steht ja am guten Fall auch eine, muss den Schaden werden. Der Schaden ist ein Verfassungsnotstand, das geputscht worden ist. Damit eine neue Wahl passieren kann, muss jemand die Wahl organisieren. und diese Wahl ist notwendig für die Handlungsfähigkeit und muss das auch entlastet werden. Und aufgrund dessen, dass die Wahlkommission den Verfassungsnotstand heilen würde, ist es staatlich, aufgrund ihrer Tätigkeit. Bei Notstandslagen, die haben Interesse des Staates, die Notanwende, muss zum Verweser, also zum spätlichen Staat, zum späteren Staatsvertreter entlastet werden. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit. Also die Wahlkommission kann dann nichts anders machen. Die darf nur die eigentliche Handlungsfähigkeit des Staates wieder herstellen wollen. Die kann keine Firmen gründen und die kann auch keine Prinzverträge schließen. Die kann nur den Verfassungsnotstand heilen. Die darf alles machen, was dem direkt zugeordnet werden kann. Also zum Beispiel die Rechtsstellung immer in der Wahl teilzunehmen. Oder Strafraumwerke zu erstellen, damit das nicht eher in Reusen und in Sachsen wählt. Das darf die Wahlkommission machen. Und muss sie machen. Dann läuft die Wahl und nach Ablauf einer Woche ist die Wahlanfechtungsfrist rum. Und danach kann die Wahlkommission in ihrem Gebiet verschiedene Gewährte sich ein Siegel anfertigen, was am 27. 10. 1918 gültig war. Und das ist das staatliche Siegel. Damit werden alle Kfz-Papiere, alle Haushaltsunterlagen, alles, was der Staat machen darf, gesiegelt. Auch Gerichtsurteile. Dann könnte es die Buch- und Wüchter werden. Aber die Wahlkommission darf es noch nicht machen. darf nur das Siegel benutzen. Und zwar nur zu dem Zweck für die Wahlen. Also den trockenen Zettel ausstellen, wo das staatliche Symbol und Doppel ist. In jedem Fall Königreich Sachsen. Und müsste dann unten unterschreiben per Notstandsrechtlicher Anordnung zur Heilung des Verfassungsgerutsch. Und dann klemmt das Siegel unten drauf auf diese Scheibe. Mit diesem Schein darf man an dem Wahltag an der Verweser-Wahl teilnehmen. Der Verweser vertritt den Kaiser direkt. Also das, was der Verweser anordnet, wird automatisch zum Gesetz. Wenn ein Verweser eine Notstandsleiter entlastet, Notstandsleiter sind alle Feuerwehr, Polizei, Krankenwesen, Rettungswesen. Ja, die jetzige Bürgermeister sind auch alle Notstandsleiter, aber die kriegen ihre Entlastung nur dann, wenn sie das kaiserliche Recht umgesetzt haben. Wer, welcher Bürgermeister hat in den letzten 100 Jahren sich an die Leitlinien der Politik des Kaisers gehalten? Schon nur so im Kenner. Ich wüsste jetzt gehen. Es gibt Ortlena-Bürgermeister, die noch aus der DDR das Handwerk beherrschen und die Traditionen fortgeführt die sind entlastbar. Weil die so, ich war ja in der Not, also mein Kreiser hat nicht er fest oder was immer. Aber das muss er beweisen. Dann gibt auch eine Teilentlastung. Aber alle, die nur eine Teilentlastung kriegen, die hat keine Entlastung kriegen, haften privat unbeschränkt und ohne Privatinsolvenz. Weil der Kaiser hat keine Privatinsolvenz. Zeitlich und betragsmäßig ist, wenn es Milliarden sind, gemeinschaftlich privat unbeschränkt. der ganze Kreisrat und hängen sie alle drin. So, und auch alle Handelnden. Alle Handelnden, die also sich sozusagen als Gerichtsvollzieher aus dem Fenster gelähmt haben oder als Richter tätig rum, weil zurzeit laden ja irgendwelche Drucker oder Büro oder Räume. Also manchmal kriegst man konkreten der Dich geladen hat. Da steht nur Rahmen sowieso. Ansprach haben Notstandsleiter müssen dann behaftet werden. Also jeder der in dem Raum gesessen ist wie das geht. Deswegen ist immer wichtig wer hat was im Auftrag gemacht. Da müssen wir nachwarten von wem haben sie den Auftrag. Und der Auftrag geber haftet nicht der der unter schrieben hat. Also im Auftrag unterschrieben ist nicht unterschrieben ist das gezeichnet ist der übernimmt nicht die rechtliche Verantwortung für die Richtigkeit der Sache kann so Putzmann heißt auch keine Bedeutung nur in Vertretung in Vertretung ist was anderes wenn jemand in Vertretung schreibt hat eine Leute beschränkt das ist das was sie den bediensten der Stadt erzählen das nennt man ein illegales Beschaffen einer Haftungsfreistellung also eigentlich für den ganzen Mist denn jeder in der Abteilung verzerrt gerade stehen damit er das nicht macht hat er seine Mitarbeiter angewiesen im Auftrag zu unterschreiben die wissen natürlich nicht was die tun weil der jenige der im Auftrag unterschrieben ist der Handelnde der muss beweisen dass er vom Chef den Auftrag hatte welcher Angestellte der Stadt kann beweisen von seinem Chef die Anweisung gekriegt zu haben sich gegen die kaiserliche Gesetzgebung aufzustellen da muss ich fragen wieso denn wir haben noch Bundesrecht und Gewaltrecht und Kommunalwahlrecht und Landausrecht überhaupt das muss aber ganz genau gucken die höchste Rechtsordnung in Deutschland ist die Haupt Landkriegsordnung da Landkriegsordnung Artikel 6 steht Landesrecht zu gewähren nachdem die allgemeinen Kriegshandlungen geendet haben die haben 1955 geendet also ab 1955 gilt das Landesrecht und zwar das Landesrecht beim Einsetzen Landkriegsordnung gegolten das war aber der Weltkrieg hat noch keinen Friedensvertrag nur Waffenstillstand dass die Polen 1938 in die Ostgebiete rein verschwirt sind ist eine Störung des Waffenstillstands das heißt der zweite Weltkrieg ist die Fortsetzung des ersten Waffenstillstands gebrochen Polen hat die Reparation vom 10. Weltkrieg zu bezahlen nicht Deutschland Hitler hat dann im Prinzip eher später ist in Polen hat die Östgebiete sich wieder geholt aber da hat noch ein bisschen mehr gemacht da ist er in Russland marschiert aber hätte nicht gedurft er hätte erst überfallen werden müssen dann hätte er rein marschieren können oder oder hätte warten müssen bis der Stahl mit seinen Panzern rein fährt und dann hätte er sich Stahl liefern lassen können also hätte die Panzer erlegt und hätte die Stahl einschmeißen können das wäre radical gewesen aber Hitler war heiß sprung und hat ihm was getan was dann so ausgelegt wird als hätte Deutschland im Krieg gefangen aber nicht passiert also es ist ein Fakt wissenschaftlich belegt dass der zweite Weltkrieg 1938 losgelaufen ist so wir sind also immer noch im Reststand des ersten Weltkriegs Störung des Waffenstillstands und wir müssen sozusagen verwirken dass ein Kriegsende zustande kommt damit der Staat wiederhergestellt hat also es gibt keine Wiederherstellung die Störung ist durch eine Reorganisation oder dass sich zusammen locken und sagen wir machen jetzt hier einen Start wo Verfassungsgebende Versammlung funktioniert nicht der Kaiser gesagt hat am 15. Mai 1918 ich selbst behalte mir vor diesen Krieg zu beenden das kann man in einem Gesetz über die Auffassung nachlesen das heißt wir müssen jemanden packen der den Kaiser der in Direktorlinie vertreten kann und das ist eben der Verweser der vom Volk direkt gewählt werden muss der müsste in einem Schieberner Vertreterversammlung stehen da funktionieren es dann nur das direkte Mandat steht drüber das heißt wir müssen rausfinden wer wäre wahlberechtigt das muss die Wahlkommission machen wenn wir die Verweserwahl machen wenn wir die Verweserwahl gemacht haben hätten wir einen Bundesstaat Königreich Sachsen und derjenige Verweser und derjenige der an den Bundesstaat sorgen hat nicht den den wir uns ausgedacht haben sondern der der an dem Tag gewählt ist dann kann es auch nur einen geben der ist jetzt die Woche geworden bis die Wahlentfestungsfrist rum ist er bleibt mit der Wahl kommissarischem Amt wenn die Wahlentfestungsfrist rum ist also eine reichliche Woche Montag 23.09.20 der Folgewoche wird er in die Amtsgeschäfte einreden und dann könnte er für dieses Land die Bodenrechte und die Lufthoerheitsrechte sicher und damit könnte er verfügen dass keine Schemdreifflieger immer drüberfliegen weil wenn doch könnte er dann eine Flak oder irgendwas benutzen oder Abfangjäger dann könnte die runterholen und könnte auch eine russische Schütztruppe bestellen und zwar auf Grundlage des Friedensreports von Plastidops das Russland verpflichtet die Außenkanzler zu schützen aber das muss aus dem Staat passieren das kann aus der Bundesrepublik passieren das muss aus dem Staat passieren das muss ich überlegen wer ist denn ein Stratzangehöriger eine spannende Frage wenn man im Artikel 8 des Presseidorscher Friedensvertrag reinguckt da steht drinnen dass die Kriegsgefangenen in die Heimat zurückgeschickt werden müssen das muss ich überlegen das ist in der Heimat also wenn die Bundesrepublik ein Parteikonstrukt oder eine Firma ist die vom Besatzvergestellter das ist das gleiche wie Gefangenenlager das ist ja nicht der Staat müssen in der Heimat zurückgeschickt werden wenn der Friedensvertrag im Presse das gilt und die Russische Föderation sich darauf zurückzieht wenn die verpflichtet dafür zu sorgen dass in unserem Aussatz steht Sachsen oder Königreich Sachsen Reichstaats Sachsen dürfte nicht stehen das muss man den Putin einfach mal Entwutung machen also in Referendum und dann müsste er das Schutz vorgestellten er muss dann absichern dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit hergestellt wird das ist ja offene Sache des Grundgesetzes weil Grundgesetz Artikel 24 sagt er dann öffentliche Ordnung und Sicherheit muss hergestellt werden ansonsten die verfassungsmögliche Ordnung beseitigt und hat den rechten Widerstand jetzt muss ich überlegen gilt das Grundgesetz in Mitteldeutschland lustige Geschichte die höchste Rechtsordnung ist die Landkriegsordnung die Landkriegsordnung setzt das Kaiserliche Recht ein das Kaiserliche Recht tritt vor den Grundgesetz in Kraft das Kaiserliche Recht aber schon prinzipales regelt ist das Grundgesetz obsolet bei wen tritt in Kraft das tritt für die in Kraft die einen Banken Anlassweis haben wenn man gesagt ein Personal Anlassweis hat ist ein Kund das ist das ist eine schöne Nummer dann machen wir einfach mal eine Kündigung Quatsch wenn die Bundesrepublik ein Handelskonstrukt ist es eine Firma in der Firma kann ich immer kündigen wenn ich in der Firma nicht mehr kündigen kann ich Sklaverei wenn ich Sklaverei bin komme ich über die Kämmerkonvention dann raus Kämmerkonvention Artikel 15 und Artikel 51 steht drin dass die Staatsangehörigkeit festgestellt haben muss der Kriegsgefangener kann zwar in gefangenen Gebiet absurdes gefangen gehalten werden und dem kannst du auch einen Zettel umhängen du bist der Staatsangehörigkeit von Erzogistan aber der muss ab Ende beim Waffenstillstand wieder in der Heimat zurückgeführt werden und das wird es vorenthalten und das haben wir auch nur vortragen bis jetzt haben wir immer gedacht wir sind schon in der Heimat weil wir haben halt einen Staatsangehörigkeit aber wenn man den Staatsangehörigkeit anguckt steht da auch nur ob Sordistan und dort nehme ich das Siegel dabei auf Blick Staatsangehörigkeit ausgehen wie Bayern und Hamburg das sind einzelne Bundesstaaten die müssen eigene Staatsangehörigkeiten ausgehen wenn man sich überlegen wie viele Bundesstaaten gibt es 26 da sind einige die haben zur Bundesanblick zum Beispiel Elsass Lothring ist ein Bundesstaat die haben auch zu Frankreich dann hätten wir Ostbreußen anzubieten Schleswig anzubieten noch die sind außerhalb die stehen unter Verwaltung der Russen in der Fohlen ja die müssen alle in die Heimat zurückgeschickt werden da wird natürlich eine lustige Geschichte dem Polen dann zu erzählen willst du dann jetzt zu Russland oder zum Kaiserreich ich muss dich entscheiden die Russen kann dann bei Ablauf der Polen rechte auf ihre alten Gebiete Anspruch erheben weil die sind ja von der Sowjetanlöhn abgetreten wurden nicht von Russland Russland hat auf seine Gebiete nie verzichtet Polen ist im Prinzip die Vereinigung also früher war es so das sind ganz 1914 das Kaiserreich und danach war Russland und in der Folge der Bolschewiki und der Auseinandersetzung des ersten Weltkrieges sind Gebiete abgetreten worden aber von jemanden der sie hätte gar nicht abgetreten dürfen weil die Auflassung der Staat hat die Hoheit über das Kataster und über die Bodenheit und über die Grenzen und das hat so darf die Grenzen eines Staates nicht berücken er kann verwaltungsrechtliche Grenzen berücken kann er machen aber mitten durch Stohlen geht die Staatsgrenze entweder vom Kaiser oder die von Russland da wird eine lustige Geschichte wenn die Brüllen aufwecken wecken natürlich kann die Tschechern als nächstes auf weil die sich sagen hey wo die kommen hin die merken nämlich ganz schnell dass es österreichisch hungern gehören und in österreichisch hungern brennt momentan auch die Luft weil die Gesetze über Glyphosphat und über das was die EU jetzt im Wort hat den österreichern stinkt weil wir sagen wir haben eine Souveränität also den österreichern erzählt dass sie souverän sind und Obama hat aber gesagt österreich bleibt ein tributpflichtiger was soll das ist der offizielle Leser der Russ ist eine Fremdbestimmung und wenn eine Fremdbestimmung existiert ist keine Souveränität da also ist österreich nicht souverän wollen die auch werden das muss österreich machen wir müssten ein referendum machen aber die haben nur ein siegel gebiet weil die haben keine bundesstaaten wie es bei uns ist und die müssten in dem ganzen österreich und ein einschluss referendum machen wir wollen die siegelrechte vom attentat haben denn die müssen nämlich auf den tag des attentats siegelrechte erheben und dann wird sozusagen der Zerfall und der Austritte der bundesstaaten rückabgewickelt werden es hat nämlich die tschechische republik und auch teile von 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 ungarn damals 1918 rum Austritte erklärt aber die waren alle nach dem kaiserreich also wenn in deutschland die verfassungswahl vor dem sticht da wäre könnte österreich und in gleichen verfassung gesamt österreich Ungarn nachgestellt werden ohne Austritte der tschechischen und das wurde natürlich aus der tschechischen kohle eine wertische währung machen weil die währung vom kaiser ist in der aus der kraft gesetzt worden genau so wie in deutschland und ich denke mal die werden sich nicht werden weil die hat selbst verwendet und das ist eine Herausforderung wenn wir das hinkriegen und wir uns straff anhalten dass wir dieses Sommer in Sachsen die Wahlkommission machen in Thüringen sind sie auch so weit dass einige kleinere Gebiete die kann man vorziehen also dort wo die siegelrechte klar sind wo es schon bewerber gibt für den entsprechenden vorweser die kann man also rausziehen und die könnten auch schon Anzahl leisten wenn die dann bestehen da sind wir momentan dran zu überlegen wie und dann will ich nicht kurz an die Glocke hängen weil da hängen noch andere Sachen dran aber die Bestrebungen sind so siebt gleich verfahren wo sind bla weiß und dann besteht die große Chance dass wir Ende des Jahres Bayern Thüringen und Sachsen rauslösen also unser Referendum einfach ein großes Verwaltungsgebiet machen noch nicht kleine Stadtstaaten sondern ein großes Verwaltungsgebiet und dass erstmal hier russische Ausweise alles geben inzwischen ist Berlin aufgewacht und haben erkannt in Berlin in Rerweser Wahl macht fällt alles um das ist eine Schale Nummer wissen dass Bär eine Fertig wird weil die Überflugrechte nicht gewerbt in den super en Staat hat eigentlich der Staat das Überflugsrecht aber das ist in Berlin Schönefeld immer noch bei den Russen und der Russen hat gesagt du fliegst nicht rüber deswegen finden neue Sicherheitsrichtlinien deswegen die Fertig brauchen müssen weil dies das Eingeständnis dass man Flughafen in Betrieb nehmen ist jetzt sind sie schon dabei machen Abstimmung über Abriss und Neuaufbau also es ist absurd das fängt es ab jetzt muss natürlich noch eins wissen es schon mal gesagt wird wegen dem Erdkack Nebfeld ist was dran aber ich gebe zu bedenken dass der heimische WLAN eine viel größere Stor Quelle ist in der Lage ist die Blut-Hirn-Schranke zu öffnen und diesen ganzen Dreck Tämmer hier übereinatmen ins Gehirn rein zu blasen und deswegen kann ich jedem raten seht zu dass die WLAN Sachen noch auf leitungsgebundene Netzwerk Verbindung zurückbaut weil das ist eine echte Schau ob nachts Handy ausmachen soweit die möglich verzichten die gebrüßte Mikrowellenstrahlung führt dazu dass dieser Pfeilstrahl ausgesprüht wird von den Flugzeugen sozusagen wie bei einem Rüttelsieb durch die Blutonschande in die entscheidenden Stellen gepumpt wird und das führt dann zu der Akkotzeit Wirkaufkommenheit also Erinnerungsvermögen lässt nach und auch geistische Eindrücke werden unterdrückt also gibt ja man sagt dass die Hypophise für die Schaltstelle ist geistische Eindrücke und der Hohen wächst Hals kommt drinnen auch es kommt zu Immunstörungen das ist eine Folge von nicht mehr intakten Blutonschranke und ja über die Hoheit über das Postvermöde gewesen und über die Grenze der Mobilfunk Strahlung unterliegt eben dem Staat wenn wir den Staat herstellen desto merkt wir dass die Handys und die Mobilfunk Sachen in eine nicht geprüßte Strahlung umgebaut werden das ist durchaus möglich durch analoge Verfahren wo man das aufmodulieren kann wo es nicht zu springen kommt also feldstabend springen und dann kann man zwar vielleicht nicht so hohe Totenraten fahren aber zumindest nicht die Erschöpfungserscheinung und die schädlichen Störungen was eben durch das Puls und vor allem durch Verwendung bestimmter Frequenzen zustande kommt aber kennt euch ja bestens selber aus also wichtig ist dass beim modulieren und der Strahlung keine Oberwellen entstehen die in einem gefährlichen Bereich der Resonanz vom Körper liegen also Rüttelstrieb arbeitet dann optimal wenn es auf der Resonanz Frequenz arbeitet und gibt dem Körper bestimmte Frequenzen die besonders gut diese Blutonschranke öffnen und wenn Pakete von Mikrowellen Strahlung ein dies Rhythmus haben dann wird uns diesen Feinstab ins Gehirn und das führt dann zu Nervenstädigungen und ähnlichen Sachen gut ich denke mal ich habe euch einen großen Überblick gekämen über das was milkisch ist wie man die Flieger sagen wir mal an der Landesgrenze stoppen könnte denn Gewaltanländer bringt das schlecht du reichst damit ein Abend bis hoch und ich denke mal keiner hat mit Wach zu Hause aber alle haben eine Kuli und alle hätten vielleicht auch mal zehn Euro um die Wahlkommission und der Wahlkommission zu ermöglichen die Vermessernheitsorganisation weil wir haben uns so ausgerechnet dass jeder etwa zehn Euro geben müsste um diese Rechtsstellung nach Bundesstaaten und Deutschland zu kriegen weil die Purkosten für die Einladung und das Bordeau einen ganz erheblichen Aufwand erzeugt aber ich denke mal mit zehn Euro kommen wir zu Zoll und fangen gut mal runden und das Geld wird ja dann nach der Wahl Rückerstattung werden das kann man ja dann auf der Recher schreiben weil sie ist verpflichtet uns eine staatliche Staatsangehörigkeit auszustellen das sind nur organisatorische Überlegungen aber die Mehrheit der Leute die mitmachen wollen haben schon gesagt ganz ohne Geld können wir machen weil die die Arbeit machen dann auch noch die Kosten setzen bleiben und das sammelt sich natürlich halt und die zweite Geschichte die wir uns überlegt haben gesagt wir brauchen auch die Öffentlichkeit momentan darf dieses Thema Staatsangehörigkeit und Wollen nicht in die Medien da gibt es also eine narische Sperre ich habe selber einen Presseausweis damit ich darüber berichten darf und mir nicht bedankt werden kann dafür ich bin stehen über Presse Diktatur und kann ich das sagen Herr Merkel hat also im Bundespresse amt gesagt dass die Journalisten nicht das Volk darüber aufklären soll wie es wirklich über den Staat steht bei den Souveränität und über die Kassenlage heute war Merkel bis zum Zeitpunkt des Friedensschlusses die Kasse glatt stellen das bedeutet aber dass die Steuereinnahmen von 1918 angerechnet abzüglich Besatzungskosten abzüglich nördländischer Verwaltungskosten gleich Kassenstand muss ich überlegen Kasse also 150.000 Beamte der Fläche von 1914 und wenn man sich überlegt wie viel strager eingesammelt worden sind in der ganzen Zeit inklusive Inflationswährung das bis heute hochgerechnet und heute 16 Millionen Beamte in der Bundesrepublik umher Schweden die meisten können notwendigen Arbeiten nachgehen sondern entweder Überwachung oder Feinregulierung ist wo wir sagen das ist alles unnädlich Rechensteuer zum Beispiel da gibt es keine gesetzliche Grundlage inklusive GEZ weil es ja oben Steuer ist illegal ich also sind die ganzen Staatsverträge alle nur Kaminatur aber wenn der Freistaat mit der Medienanstalten Vertrag schließt können sie machen muss auch der Freistaat das bezahlen also müssen sie da natürlich sich bücken und müssen Handstand machen und dann müssen was da rausfällt und das könnten die nehmen bloß die Frage ist wo hat dann der Freistaat das Geld her der Freistaat hat auch Steuern erhoben da muss genauso nach HLKÖ erbrechen Steuereinnahmen minus Besatzungskosten Gartenstand da muss ich überlegen wie hoch sind denn die Besatzungskosten bei Mitteldeutschland Mitteldeutschland wird besetzt durch den Besatz in Berlin das ist doch Klinin und seinen Beamtensteuer wobei ich nur sagen muss dass da Putin sicherlich seine Leute die wird sitzen sauer bezahlt also kann man die Besatzungskosten Mitteldeutschland mit Null ansetzen und die notwendigen Verhaltungskosten da würde ich sagen dass alleine der Freistaat Sachsen so viele Mitarbeiter beschäftigt wie dem Gesamtgebiet von Mitteldeutschland nach kaiserlichem Maßstab zustehen ich schätze mal locker mit 25.000 ja ganz nicht mehr muss ich überlegen das Gebiet von einem ist doch riesig und Teile von den Leuten die Schutzgebiete mitverwaltet ja und dann muss man sich überlegen wie viel alleine jetzt in den öffentlichen Verwaltungen der Gemeinden sitzen die alle nur nur zwei Amtmänner abzukriegen hatten die die Einwirkung zu machen haben und die Grundsteuer abzuführen und sonst auch keine Aufgaben weiter also die ganzen Agendas die hier gemacht werden die ganze Sitzung anziehen da reinzieht da ist also ein Prozent notwendig Erwaltung der Rest ist das ist nur ein politisches gelaber das ist nicht abzugsfähig genau da haben wir uns gedacht machen wir doch lieber einen eigenen Rundfunk Sender ich habe mal ausgleichen wie viel man da Geld braucht also um in Astra ein ganzes Jahr lang ein Digitalprogramm zu senden sind ungefähr 800.000 Euro an rein Mietkosten Personentransponder im Astra nötig das ist das was der Astra abhucht vom Konto dann kommen die technischen Einwurtskosten dazu und da muss man die Moderatoren bezahlen und die Reisekosten und die Lizenzgebühren also dass man das mit Summa Summa mit 2 Millionen Zifferm kennt das haben wir noch 2 Millionen dadurch habe ich das nicht gerade einstecken weil man sich überlegt wie hoch das Mutpotenzial in Deutschland ist das sind also zwischen 12 bis 20 Prozent so in der Größenordnung jeder Landstrich unterschiedlich die mit dem jetzigen GEZ-System nicht einverstanden sind und auch mit der Regierungspolitik der Frau Merkel wenn davon jeder noch 1 Euro geben würde im Jahr das ist doch bezahlt da sind wir bei 12 bis 20 Millionen und alleine wenn jetzt ich sage 5 Euro da könnte man also volle 10 Jahre durchsenden mit 3 Sendern dann haben wir uns überlegt es ist also kein Geldproblem es ist nur ein Kandestationsproblem wir müssen organisieren mit die Kröten von Brinzel-Usedum und von Rügen und von Hamburg und von Nassiland und sonst wo ihren Weg finden und da haben wir eine Seite gemacht nennen sie Passerundfunk.com und da sammeln wir das auf 5.000 Euro das ist noch nicht ganz die 10 Millionen vom Stadt aber wenn mehr Leute aufwecken geht es schon schneller wir haben also jetzt 3 größere Einzelspenden gehabt also 1.000 Euro von einer einzelnen Frau und dann nochmal 1.000 Euro von einer Familie in 2 mal 500 und ähnliche also manche Familien haben sie auch einmal ein 100er eingelegt weil die gesagt haben wir müssen mit dem Ding vorankommen und da haben jetzt eine Technikergruppe zusammengestellt die haben gesagt ok wenn du das Geld zusammen hast brauchen wir 6 Wochen und dann brauchen wir das Ding auf also die machen die Technik ja das ist noch eine Hausnummer also wenn das Geld eingegangen ist können wir nach 6 Wochen in die Östgebiete gehen und nun von den Östgebieten aus eine deutsche Sendelizenz beantragen ich möchte den sehen der das ablehnt Pater Kaiser hat ja Telefunken beauftragt die Rundfunkausstattung des kaiserischen Rundfunks zu machen was liegt es dann dran von Telefunken die Sendelizenz zu nehmen kein Problem gibt es heute noch und wenn wir in die Östgebiete gehen wird der Putin nicht gerade was dagegen haben wenn wir nicht gegen Putin sind wollen wir ja nicht gibt es da kein Problem eine Sendelizenz in Ostpreußen ist eine leckere Geschichte ja und dann haben wir gesagt mit der Musikredaktion gehen wir nach Spanien weil dort kommen wir leichter auf einen Satelliten ran und dann machen wir noch ein arabisches Studio in Namibia dort gibt es nämlich schönen Rundfunk da nennt sich Hitradio in Namibia da müssen wir bei Google eingehen da kommt ihr zum Webplayer und da könnt ihr ein bestes gutes deutsches Radio kriegen und Garten immer schön wenn er eine Internet flathead und ein Handy hat da sehen wir mal wie Rundfunk gemacht haben kann wie ich gute Musik und also besser wie er sah und das kostet auch keine GZ da soll ich mir wenn die das kennen können wir das auch gut da will ich mal den offiziellen Teil abschließen großen Vorteil und hart in etwa 15 Tagen bis 3 Wochen kommen die entsprechenden Anleitungsgefte raus wie man Wahlkommissionen gründet wie man Referendum organisiert was zu einem Kaserrundpunkt zu sorgen wäre und wo wir die Verwaltungsstellen machen für Thüringen Sachsen und für Bayern das will ich jetzt im Laufe der nächsten 14 Tage organisieren wir werden einige Sammelstellen einrichten zwei haben wir schon wir sollen dann noch ein paar dazukommen Berlin hat sich gemeldet wollen eine Sammelstelle machen und dann wollen wir sehen wie wir bis zum Herbst das Geld zusammenkriegen dauert alles eine Zeit aber ich bin fester Überzeugung vier Versuche haben wir nicht wenn wir das bis zum 27.10. 19. 2017 nicht geregelt kriegen dann wird das passieren was den Migranten hier versprochen worden ist wir haben ein Auto versprochen gekriegt 2.000 Euro im Monat und da haben wir es allerdings hat die Frau Merkel nicht dazu gesagt dass es unser Haus unser Auto und unser Gründer im Boden ist einfach nur deswegen weil die Bodenrechte verfallen und weil in der Zulassung steht der Besitzer oder der Alter dieses Fahrzeugs nicht das Eigentümer ausgewiesen so und die 2.000 Euro das sind einfach neu gedruckte Schulden der EZB weil wir haben ja ein ESM und über das ESM können wir unsere Spockkunden ausrollen und am Ende sagt die Frau Merkel ja stimmt ihr habt ja gar nicht die Stadtangehörigkeit deutsch ihr habt im Prinzip ja gar keine und wenn ihr keine Stadtangehörigkeit habt dann müsst ihr das Land verlassen und dann geht sie nach Weimar gründet es mit in Nordweimar ruft der Weimarer den Blick aus und legalisiert den Putschkunden den Kaiser das ist das was es sich vorgestellt hat das kann es aber erst machen nach Ablauf des 27.10. 19.10. wenn wir eher am Zug sind in den Verweserstellen geht am Londoner auf und Frau Merkel hat die Kosten vom 1. und 2. Weltkrieg zu bezahlen weil sie die Rechtsverfolge in den Weimarer Blick gemacht hat aber der Kaiser hat nämlich zum 1. Weltkrieg oder vorzettend des 1. Weltkriegs oder 2. Weltkriegs nicht mehr gekämpft es gab keine königlich-kaiserliche Armee wir haben des 2. Weltkriegs also haben wir nur Vorkasse geleistet und der DDR haben wir im Prinzip schon eine Vorkasse geleistet für Geld und wir später sind zurückkriegen weil wir konnten es ja nicht bezahlen was wollen wir denn machen der Kaiser hat nicht gekämpft also hat die DDR aber nichts zu bezahlen hat keine Rechtsnachfolge in den Weimarer Blick gemacht ja also insofern sehe ich erstmal keine Staatsschulden weil der Staat hat ja keinen Haushaltsplan gemacht seit 1919 der Kaiser hat nicht abzeichnen müssen er hat es leider nicht gekonnt und ohne Haushaltsplan kannst du nichts ausgeben das ist die Situation so dann hat jemand Fragen ich hätte mal eine Frage zu dieser Verweserei eigentlich schon eine Rechteige und zwar was mich mal interessiert seit 1903 wird der Käftestrand gefeiert das System wie es jetzt aktuell bestanden hat mit mir bei uns europaweit voranzubringen die erste große Geschichte war 1917 mit dem Ding das haben sie auch durchgeprügelt und das war so die Glaubhause von den ganzen weiteren Sachen was jetzt durchgehört durchgehört wurde worauf ich hinaus will ist wenn dies war weser weil wir das Apparentum und mit diesen ganzen wie gesagt die in Sachsen noch geboren sind durchgehen das System wird ja wahrscheinlich eher nicht so erpisch drauf sein dass diese Sache durchgehen weil es hängt ja mit dem Machtspiegel dran es hängt da Position dran und ja und so weiter und so fort und also ich habe die große Befürchtung dass es wie in der Zone abläuft dass Leute einfach mal weg sind und die dauern ja auch nicht wieder auf weil die kennen sie und ich sage mal das ist ja immer es wurde zum Beispiel mit den Anschläge geworden gemacht auf gewisse Personen das ist ja nur ein ganz einfaches Mittel und Leute aus dem Weg zu schaffen heutzutage über gewisse Aktivitäten ist ja auch nicht unbedingt jetzt ja das Schwerste auf der Welt also wenn ich die Frauen mal zusammenpassen also es ging drum also wenn einer in der Professorwahl macht die Anwendungsfähigkeit des Staates wieder herstellt dass er dann gefährlich lebt ja ist was dran aber man muss ja wissen was die Bundesrepublik unterschrieben hat man muss ja wissen wenn der Bundesrepublik irgendein Gesetz seinen Weg nimmt dann wird das irgendwie eine Bundesrepublik vielfältig dann kommt irgend so ein Aktenträger hin dann stellen Leute dort so ein Packen hin und dann nehmen die die Hand weil die Sorgen Fraktionsfragen alles klar was haben sie gemacht sie haben die Menschenrechtskonvention die Europäische Menschenrechtskonvention abgesegnet im Bundestag und es gibt eine Ratifizierungsverkunde da drin und in der Menschenrechtskonvention das muss die Bundesrepublik umsetzen ist aber berichtet dazu da steht drin dass wir uns ein gesetzlicher Gesetzgeber werden können ja sehr schön machen wir das hat das Bundesverfassungsgericht am 27 äh 25 2012 war es glaube ich festgestellt dass der Bund nicht der gesetzliche Gesetzgeber ist weil irgendjemand hatte wohl den Verfassungsklag ja noch zu den IWAG-Naggaden ja wenn der Bundestag wenn der Bundesrat nicht der gesetzliche Gesetzgeber ist haben wir also immer noch ähm den Herr Rohr der sagt das war ein Durchschleuber wir ziehen nochmal also müssten wir zum Prinzip erstmal entwählen das wäre die Verweserwahl im Bundeseinblick müsste es sogar Amtshilfe leisten also müsste nämlich die Geburtenregister äh uns aushändigen was man also fragen würde weil und so müsste ja den Haushaltskosten große Überwachung zumindest uns damit rechtfertigen kennen dass sie so viel über uns rausgefunden haben dass sie auf Anhieb rauslassen können wo unsere Vorhörungen gewohnt haben wo die gemeldet waren also das erwartet man schon von einer ordentlichen NSE-Überwahrung dass sie können sich arbeiten also wenn sie uns schon überwachen dann können sie uns das ja einmal verspielen ich hätte da einen USB-Stick angebieten da können die die ganzen Daten dorspielen geht die Provisor dann relativ schnell also ich persönlich ähm machen mir da jetzt keinen Gedanken wenn sie mich wegputzen da kommen noch mehr Zähne die noch zehnmal schlimmer sind für eine hundervolle Ausfertigung weil noch die Uhr will Kerne haben deswegen gehe ich ganz entspannt durch die Stadt ich sage mal 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 wie ein Schulleiter der Rektor sagt auf der Schule darf nicht geschaffen werden dann geht es alles zurück heute steht einer da von einem Meter zehn und einer von einem Meter siebzig von einem Meter siebzig zu einem Meter zehn du bist jetzt nötig ich sage mal in jedem Moment der Rektor hat auch nichts sagen das ist ein Scheißdreck so funktioniert auch die Rechtsstaatlichkeit hier in diesem Land das ist ja der Schlimme an der Geschichte ich sage mal ich bin eigentlich eingefixt mit der ganzen Nummer hier ich habe bei euch schon ein gewissen viel Zeug gelegt davon habe ich auch noch nicht gehört bis vor dem Morgen wir wollen das ja bevor es ein Geld bringt die ganze Nummer das muss funktionieren das muss nur mal das wirklich bei Kopf zerbrechen dass die Bürgermeister und so die sind ja noch die müssen ja also die Macht muss ja gebrochen die brauchst du nicht brechen die müssen verwässert werden sondern besser setzt die Verwaltung ein und dann gewusst wir mal überlegen die wollen in einem neuen System alle mitspielen die wollen alle mitspielen und die Frage ist nur zum Beispiel Preis und der Preis ist die Wiedergutmachung und jetzt ist die Frage wie weit drehen wir an einem Rädchen wir wollen ständig über eine Gutmachung da können die bis an der Lebensende das abarbeiten kann man so sagen können die alle abzahlen oder wir könnten das Rädchen so weit aufdrehen dass sie sagen wir müssten einen gewissen Teil ihres Einkommens abkämen können aber den ganzen Tekt von Bundesrepublik bitte selber aufwollen müssen die bis regelmäßig in den Weg auch gucken ich habe kein Problem dass sie ihren eigenen Mist selber aufwollen die ganzen vernichteten Grundbuchakten haben sie ordentlich zu tun die Originale rauszubildern da hat die Sachbearbeiter in der Grundbuchamt echte wissenschaftliche Arbeitslose ich habe da auch kein Mitleid dabei sind auch keine Leute wir müssen dann sehen dieses Geld was ihnen zur Verfügung steht von der Rückabrikierung sinnvoller Renten aber größer die noch dann sind aber was bringt es denn die Alternative wäre das Waldgericht nämlich genau dann wenn den Leuten das Autos Haus Grundbesitz weggenommen wird und die 220.000 ISIS-Kämpfer sich organisieren und mit ihren ins Land gespuckelten Waffen durch Dörfer ziehen wer dafür zur Verantwortung gezogen wurde wäre Frau Merkel weil die hat die Leute ja reingeholt und die hat gewusst was sie ist weil sie hat mit Erdogan Geschäfte gemacht dass die Leute ja reingeholt werden und Russland kann nachweisen dass Erdogan und seine Regierung der ISIS unterstützt hat indem sie geraubtes Il in Syrien vertickt haben und verkauft haben und dann können wir der Regierung Merkel kompletten Drogenschmuggel in ja in Haftung nehmen weil ja die Taiwan zum Beispiel sehr stark die Trogeneinheiten in Afghanistan hatte und dann die Drogenfalter zu niederzubrennen und Bundeswehr hatte darin die Aufgabe die Drogenfalter zu schützen und Drogenrampel in Ballettengröße ist auch ein Straftatbestand der viele Jahre eine gesicherte Mahlzeit mit einer spätischen Kardin also ich meine was wollen sie machen weil alle anderen sind Heber haben das System können ja jeder im Prinzip von der großen Ballette können wir entsprechend aufteilen ein Rundes Haar gestorben 100 Gramm jeder das reicht dann auch noch 100 Jahre in Haft können Sie sich überlegen wenn die mitspielen wollen müssen sie sich nach einem eigenen Abkommen halten das eigene Abkommen war wir dürfen gesetzlichen Gesetzgeber werden und wir haben nur noch Zeit bis zum 27.10.2017 Ja und einige Bürgermeister haben gesagt wenn ihr das so vorhabt dann macht mal los also erst ich hab's ausat aber ich will irgendwann Geld weiter haben das ist die Frage ist der jenische in der Lage unter neuen Spielregeln ein guter Bürgermeister zu sein können wir sagen ja wenn er aus seiner Partei austritt und diesen Parteikram hinter sich lassen kann und wirklich das macht was der Gemeinde teent wo ich aus eine Probehalbesorg kann man dazu gestehen und je er damit anfängt desto besser das ist meine Näsart ich muss nicht unbedingt das Weltgericht wirken lassen das wäre eine Reaktion ist ja gesetzte Resonanz führt dazu dass ich dann eine Gegenkraft entwicklung lütenisches Gesetz bin überall bei der Gemeinde Neuhaus habe ich irgendwie mitgekriegt dass die die Bodenrechte wieder zurückgeholt haben und dass die den ESM Vertrag dann praktisch für sich ausgeklinkt haben ja aber wie hat denn die hatten die Gemeinde Neuhaus ihre Siegerechte gekriegt die haben sie ja gewonnen lassen sie haben einen Verein gegründet Vereine landet automatisch und noch einmal ein Blick und da steht Frau Merkel und deswegen haben sie sich schon in Lübik eingefangen ja Lübik steht in der Firma alle vereinen sind Lüfter haben wir das richtig überlegt haben wir einen Vorsitzenden also Geschäftsführer dort wollen wir ja hin also Frau Werding hat mich schon persönlich angegriffen ich habe mir noch mehr überlegt wie ich darf reagieren aber ich habe mal eine Überlassung Erklärung ist eine Mehrwert wenn sie schreiben aus dem Fenster lebt uns teurer weil ich habe einfach nur die Wahrheit gesagt wenn sie keine Referentum hat sie keine Siegelrechte keine Siegelrechte hat sie keine Exekutive keine Exekutive kann sie in der Gemeinde keine rechtsfähigen Beschlüsse machen keine rechtliche Beschlüsse erzählen hat sie keine staatliche Urheil und der Schnittkuss am 27.10. passiert dann kann wieder danach noch davor passieren viele können auch nur DDR Verfassung von 2009 Fortschritt nennen aber DDR war Parteikonstrukt weil sie als Besatzungsmacht geworfen hat und wenn die DDR Vertretung damals ein Vertrag am 17.7. gesagt hat das Staatsfraktion ist gelöscht also die Verfassung die dazu gehört nicht dass sie dadurch das ohne Wissen und ohne Negativation von der Volkskammer gemacht haben die haben so eine Geschichte wenn man so wer einen Hoffahrer anzeigen würde wäre die DDR wieder da müssen die Hosen entscheiden aber in allen anderen Fällen gehen wir lieber den Sicherung weg und machen das über das kasselische Notstandsrecht weil da kann nichts passieren da haben wir die Kette Konvention hinter uns und die Menschenrechts beschrieben in der EU ist einfach so schon eins dürfen wir nicht vergessen wir haben es hier mit Leuten zu tun deren Religionsinhalt darin besteht uns zu lieben zu belügen zu betrügeln und zu behalten die gelten keine Gesetze wenn wir uns hier als irgendwelches Recht kaisers war berufen und so weiter dann nur wird das nur so lange funktionieren solange die das gewähren lassen der Gesetz ohne eine Macht es durch zu setzen damit kannst du dir ein hinterm abwischen und anweisen noch andere Problem was ich sehe ist wenn wir uns in das kaiserliche Recht gegeben dann begeben wir uns in die Untertätigkeit und das Souverän war dort die Herrscherhäuser und nicht das Volk wenn wir den Toten bereitet haben dann sagen ich dir da werden und so wird die Herrscherhäuser da sein dann sagen schönen Dank und jetzt tanzt ihr noch unter Pfeife denn ihr habt euch selber in die Untertätigkeit gewartet das ist die große Falle das und die ich habe eine Abwicklung des Verkehrseinfalls dabei und da kamen die Stadtschütze mit an weil die müssen den Stadten schützen wollen da die Schlüsselmarke dran da war das Königreich Sachsen dran ich habe schon gefragt was ist denn das das ist das Bundesstaat im Norden Tänisch heißt Sachsen ja das ist unter Schlüsselmarke also so große Behörungsrängs da scheinen die nicht zu haben weil die wissen viel besser was Mensch dort ist das könnte ich mir sehr gut vorstellen wenn nämlich es nicht funktioniert das deutsche Fälle über die EU aufzulesen dann ist der Plan B dann machen wir das Kaiserreich aber ein Kaiserreich wo die Deutschen nichts zu sagen haben die zweite Geschichte ist die ganzen Kader der Kampfgruppen der haben inzwischen mitgekriegt was in der Bundesrepublik nicht stimmt die haben auch kein Problem nach kaiserlichen Recht weiter zu machen da haben schon viele gesagt wenn du das hinkriegst nach dem Reservoir sind wir mit dabei wir hätten da noch ein paar Koloschnikows in Boden liegen also das ist kein Problem wenn die den Putsch wollen können sie kriegen werden wir aus der Zeit dienstbereit die wissen wo sie das Zeug vermittelt haben weil alles weggekommen kam in 4 Nacht weg gewesen bis geschafft ich habe auch kein Interesse an aber ich denke die werden es nicht zulassen es gibt im Führungsstaat der Bundeswehr eine klare Ansage dass die Bundeswehr nicht zusendet das ist der Bundeswehr schon aus mehreren Stellen gekommen also ich denke mal dass sie mit ihrer Meinung alleine steht das Problem des Deutschen ist nur dass er immer wieder unterwürdig ist wir wissen warum das so ist praktisch aber dass der Verweser Sagen hätte nicht der Adel also wenn der Verweser wäre wird der Verweser die Entschau organisieren dass der Adel seine Brückenrechte wiederhaben will im Krieg ist klar aber wir haben ein BGB ein staatliches BGB und dort steht drinnen dass der gutgläubige Erwerb erst mal zu Eigentum führt das heißt die jenigen Leute die hier in der DDR Bodenreformen aufgekauft haben haben das in guten Glauben erworben dass es rechtmäßig war ist vor wenigen Jahren durch die Dissertation der Frau Paffrat rausgekommen dass das Betrug ist aber die haben ja damals das erworben guten Glauben ja dann können sich auseinandersetzen mit dem werden die Besitzer sind und kunden und Boden und er wird sich sagen lassen müssen wenn ihr so im Kaiser gestanden habt und eure Gebiete so großen Anspruch hattet warum habt ihr euch dann gewehrt gegen das was die Frau Merkel so sagt wenn das wenn das mit der Bundesrat blicken stimmt und abdeutsch dann hingestellt und dann hätten wir halt Besitzer kunden hast gerückt hätte wohl das alles widerlegen können haben sie nicht gemacht haben lieber Geld genommen die hätten ihre ganzen Liegen schaffen und erhalten können es gibt viele Bewährle Investoren die gesagt haben wir können diese alten Schlösser nicht verfallen lassen ich war vor drei Wochen in Rümbelshain die etwa so schön sind wie Schwerin das war eben New York Schloss und das Zunehmen verfällt durch die aggressive Luft weil sich der ganze Sandstein auflöst und in der Sinne aber alles noch so wie zu Kaisers Zeiten zerbrunkvoll und zerstilvoll gestaltet ist und wo der Freistaat Thüringen kein Geld hat um das zu sichern wenn wir uns nach ein paar Jahre uneing Sagen wenn der Transpression kenne und dieses und jenes der wärmerst nicht reißen kenne der soll uns von hin dass wir einfach nur eine Wahl machen es gibt ja den Witz den Engländer über die Deutschen machen machen wenn der Aufstatt im Bahnhof ist dann kürzt ich von Deutschland meine Vorkarte und so ist es ja wohl in der Nation auch schon gesagt Kaisereich war ja ein Fortschritt unbestritten aber es war nicht die Staatsentwicklung die war bei Bismarck ne die war nicht ganz falsch als der deutsche Nationalstaat hergestellt wurde ist in dem nämlich die Staatsanbieter aufgehoben worden ist und damit die deutsche Kleinstadt aber da hätte Hitler am 23. 3. 1933 eine ordentliche verweser machen können aber hat das gar nicht gemacht er hat die einländische deutsche Staatsangehörigkeit gegründet haben er hat keine Staatsangehörigkeit gegründet er hat es faktisch gemacht er hat es faktisch benutzt er hat ein Maschinengewehr diese Staatsangehörigkeit wurde geführt dass das weiter als die deutsche Staatsangehörigkeit weitergeführt hat es gibt keine Staatsangehörigkeit weil es 1934 kein Staatsangehörigkeit war erzähl dir so das Zeug der Staat hat die ganze Welt die geführt Hitler war der Rechtsnachfolger der Weimarer Republik nicht mehr und nicht weniger da hat die Weimarer Rückblick abgewickelt da war der Heiler der Weimarer auch nicht wirklich da hat die fortgeführt ich gehe nicht damit dass das deutsche Reich bis 1980 Freistaat ist das beste Beispiel das ist das deutsche reich reich Staatsangehörigkeit gewesen dann wäre nämlich die reichs maginelle Staatsangehörigkeit gewesen nochmal Freistaat Sachsen was ist denn eine Verfassung von Freistaat Sachsen hinten dran die Weimarer Verfassung wieso geht denn das ich denke der Freistaat ein Staat ist aber doch keine Verfassung der Weimarer Blick hinten dran hängen und wenn die Weimarer Blick vom Hitler abgewählt worden ist kann die auch in der sächsischen Verfassung stehen der Freistaat Sachsen ist das eine Luft aber warum der Freistaat Sachsen kann nicht in die rechten Pflichten des Kaiserreichs rein er darf nur was nehmen was ungültig ist das was sich der Freistaat gegriffen hat sind konstrukte die ungültig waren nämlich das Gesetz vom 5. 1934 weil es Vermächtigungsgesetz verfolgen worden ist was am 23. 1933 gewesen ist das Vermächtigungsgesetz hätte Hitler befähigt das zu machen ist auch eine Art Reparantum aber da hätte er das ganze Volk wählen lassen müssen wäre Hitler pfittig gewesen und hätte Not oder so wie das hieß wählen lassen hätte er Vermäßerechte gehabt er hätte sogar eine eigene Verfassung machen können hat er nicht gemacht er hätte eine Staatsgründung machen können hat er auch nicht gemacht hat einfach die Weimarer Ablick fortgeführt hat einige Gesetze verändert aber in dem Sinne sind es nur notstandsrechtliche Anordnungen aber zweifellose Notstandsleiter die Einheit des Reichs wieder herzustellen und dann eine neue Verfassung zu machen aber das hat man ja nicht machen das ein aber aber er hat nach dem Verfassungsnotstand keinen Vermäßert gewählt aber die Deutschen haben es geschafft nach der Kampulation der Verfassung der Deutschland zu machen das war eine Volksdemokratische aber die ist auch nicht direkt gewählt worden die ist nicht direkt gewählt worden die wurde durch den Volkskongress gewählt die hat gestimmt ich erzähle ich so ein Zeug das weiß ich genau der Volkskongress hat nicht verfassen also der Schnitzler den kann man ja viel nachsagen aber Israfer hat er wirklich genau erzählt wie es gelogen ist bei YouTube einfach mal einen Schlüssel aufrufen wie ist die BRD entstanden da erzählt er nämlich dass die DDR ordentlich gegründet worden wäre und er weiss denn wirklich was los war und er hat gesagt dass Folgendes passiert die haben einen Entwurf gemacht den haben sie veröffentlicht und zur Diskussion ausgereicht und da konnten alle Vorschläge einreichen und die Vorschläge hat das Zentralkomitee verarbeitet und hat in unverantwortungsvoll verantwortungsvoll in die Verfassung eingearbeitet und dann ist aber diese Verfassung nicht nur mal vom Volk gewählt worden sondern die Volkskammer hat das gewählt aber ganz falsch informiert mein lieber da musst du mich mal kündigen da musst du dir einen schnutz sagen ich habe er redet von 67 und wir redet von 49 ja 49 genau nicht nur der deutsche volks hat über die verfassung über den zweiten entwurf abgestimmt und der deutsche volks war es waren vier abgehauen die auf den zweiten deutschen volks kongress gewählt worden sind 100 aus west und 300 aus mitteldeutschland und die haben nach den vorschlägen die aus dem volk kamen die noch mal noch mal 42 artikel geändert haben sie einstimmig angenommen und haben sie an den dritten deutschen volks kongress zur bestätigung überwiesen und der dritte deutsche volks hat am Mai diese verfassung bestätigt mit 610 Abgeordneten aus dem westen die dort ins verboten gekommen waren und 100 vier abgeordneten die gewählt worden sind die ganze 15 16 Mai 1949 wollen zum deutschen volks kongress mehr demokratie konnte nicht gemacht werden es wurde nicht vom volk gewählt weil nur gesetzliche gesetzgeber war die kaiserliche verfassung wurde dann vom volk gewählt keiner weil nämlich das volk nicht souverän war und da will ich nicht hin das sage ich dafür es gibt nämlich auch eine bestimmung und trotzdem abkommen das ist nämlich die nächste Falle da steht dass das deutsche volk urlaub dass es dran zur arbeit hat dass es demokratisch wird und wenn es das tut nach einiger Zeit kann es in die Gemeinschaft der freien Völker aufgenommen werden die alliierten haben definitiv ausgeschlossen dass irgendein deutscher staat wieder entsteht aufgrund einer reichsverfassung das heißt wenn ihr jetzt ins reichsrecht geht dann könnt ihr sagen ihr habt die auflachen nicht erfüllt ihr seid keine demokratie ihr wollt mit kaiser haben nichts mit souveränität die ddr hank landkriegsordnung steht dass das landesrecht gilt also dörten ein souveränes stand werden die verfassung des landes wir können noch bis bis zum 7.10 diskutieren über die frage aber dann wird ISIS die regeln machen die sich dann für die 940 verfassung interessieren dann klickst eher mehr bei denen ist es irgendwie schau und dann werden alle anziehen dürfen wenn wir das wollen wenn jetzt der 27.10 2017 eintreten würde nach bis da nicht aus der staatlichkeit haben keine Souveränität und und das mit der neuen Weimarer Republik ist das dann ein Angriff auf das Kaiserreich und somit die Berechtigung von Putin hier einzumarschieren das Problem ist dass der letzte Eintrag am 27.10 2018 passiert sein kann und die Argumentation ist einfach die es gibt im Katastrat den Eintrag da länger als wenn 19 Jahre war und da sagen die wenn kein Besitzanspruch angemeldet ist sind wir jetzt der meistbietende und bieten uns auf das Land was herrnlos ist wir arbeiten im Seerecht und im Seerecht ist das Treibgut und dann nehmt ihr das Ding weg und die Scheiß die in der Finanzierung die haben die Knete in Deutschland zu kurven und dann kriegst du dafür ein Austauschgebiet da kannst du noch Skorpione zischt aber ansonsten wächst doch nichts hast du Lust drauf geschmert es gibt ja in der UNO ganz offiziell nachzulernen das Programm dass die Deutschen ausgetauscht werden sollen in die afrikanischen Mitglied wo eben nichts wächst und wer seinen Arsch hier nicht bewegt der wird in Afrika aufwachen so sieht es aus deswegen haben sie die Staatsangehörstahl Deutschland geschehen was kommt auf uns alle zu irgendeine Wüste Deutsch nennen ist ein Problem und die werden uns notfalls mit Gewalt deportieren so sieht das aus jedes Jahr 1-2 Millionen von diesen bunten Leuten aber die kommen nicht hierher um zu zu helfen sondern um zu vertreiben das ist das Problem und die Vertreter sind ja schon zu 3-4 angefangen worden ist alles da schon na gut so gibt es noch Fragen die Leute die hier mit Hartz Bier gespeist werden die haben eigentlich einen Anspruch aus Sozialgesetzbuch Ja beliebte Frage haben wir wieder Also Sozialgesetzbuch stammt aus der Kaiser aus der Kaiserzeit und der Kaiser hat die soziale Grundsicherung erfunden in Söndbarmen hat die Bundesrepublik mit dem SGB wo nützlandsrechtliche Anordnung gemacht Jetzt ist die Frage wer ist denn nur überhaupt anspruchsberechtigt anspruchsberechtigt wer der Händchen der der Kaiser in Marine gedient hat bzw. die Stolzangehörigkeit des Kaisers hat und nicht in seine Heimat kann und aus diesem Grund spufen sie rum wenn du den Personal aus abkehren willst und die Rechtsstellung des Bundesstaaten kriegen willst aber man kann es ganz einfach machen wir wählen unsere Wahlkommission die Wahlkommission gibt uns die Rechtsstellung nach Rostock und dann gehst du zu deinem Arbeitsamt und lass die Relementierung rückwirkend auszahlen kannst du machen du wärst dann durch die Rechtsstellung erstmals berechtigt rückwirkend bis zum 18.07. 0 Uhr das ausgezahlt zu kriegen im Arbeitsamt da brauchst du nicht mehr arbeiten gehen wo ist die Stelle wo man einklagt du musst die Wahlkommission haben deine Streitangehörigkeit hast du noch nicht die scheitert das ist deren wert für spätige Zeit ist dokumentiert die Rechtsstellung erwirbst du mit einer Geburt die Streitangehörigkeit kannst du nicht verlieren wenn du den Personal als angibst weil du kannst deine Geburt nimmer rückgängig machen es sei denn du kommst noch unter Rehraut dann ist rückgängig gemacht lange wie du noch lebst und Luft atmest hast die Rechtsstellung erst mal kommen das wissen wir beide sondern die Frage ist der Rechtsweg und zwar gedenklich die Sachbearbeiter zu beglücken von Leuten die waren die ich weiß vor welchem Gericht willst du die verklagen die erste Frage die Gerichte gibt es nicht der gesetzliche Richtlose nicht da in Deutschland hat es gar kein Zweck Nein das gibt schon aber nicht jetzt leid dann muss das ist der Richter müsste vom Kaiser eine Nennungsverkunde haben und dann müsste sein zweites Staatsexpern an der kaiserlichen Universität abgelegt haben das geht das spürisch der Richter hat also dann schon mindestens ein Bord von Popowasser und wahrscheinlich auch schon einen Kralen Stau also da wird wahrscheinlich nicht mehr im Amt sein das ist wir brauchen einen Vorweser der Vorweser müsste dann eine Richterwahl ansetzen und die Richterwahl Urges hat einen gesetzlichen Richter und der gesetzliche Richter könne dann mit dem staatlichen Siegel der das genehmigen Geld ist genug da denn das was die Bund ist das Kaisers Einkommen der Aspruch besteht und der Büttel lockt ab der verrascht die Leute also muss sie den Büttel kaufen weil euer Weg gehen wird aber wir werden keine Vorgaben weil die Mehrzahl ist Ander Weit Es hat viel mehr Leute was zu verlieren wenn das System geändert wird als Leute die was gewinnen haben Wir haben keine Gewinner wenn wir keine Verbesserung wegkriegen dann haben wir alle keine Gewinner Egal was 50-60 Millionen gegen einen Warum sollte ein Richter Warum sollte ein Minister für sowas stimmen die Leute haben alle sofort das Risiko dass sie hoch verrat dran sind Ja aber das sind 16 Millionen wenn ich so ausgerissen habe 16 Millionen knäschten über 16 Millionen wenn die 16 Millionen sagen wir machen mit wollen die machen das referendum ist wenn das referendum durch ist das ist meiner Meinung falsche Argumentation weil die Masse der Leute hier ob sie zum Staatssitz sind oder nicht leben von dem System da übernacht keine Existenz mehr aber es geht noch so lange gut wie die Währung läuft und die Leute halt nicht auf Masse nicht weil die Masse hat Interessen wie Zeit ich gehe mal davon aus dass in der geheim Wahl die Leute vor dem System verursachen werden solange sie erkennen können dass sie nicht rüber oder geschlagen wird weil wählen wir kein Verweser läuft die Frist ab dann wird ISIS oder das Weltgericht starten mit Zimmel gestein lassen ins Weltgericht starten die Ohren ist von ihrer Söhne das muss überlegen das ist dem allen klar also das Rufkater hat nicht ohne Grund ein Buch geschrieben seit Dickes ich denke die einfache Lösung ist einfach dass man es machen und wenn man es machen kann Putin als schützt oder das schützt bin so doch und was sie das hat gesagt er bewegt sich erst wenn 2 Millionen sich bewägen hat gerne den Putin bestellen das wird wahrscheinlich eher anstrengend also für fahrer nicht reich ich noch mal auf den verwerten dass das jetzt so wie willst sie sicherstellen dass auch die richtige position das ist eine Frage dass sich nicht ändert auch dort gibt ich kann erkennen in so in so fern habe ich das richtig ich frage die wirklich das die 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 position erfüllen können die müssen das ja absetzen können die müssen also eine hohe qualität klinisch moralisch eisgerichtet sein wie wollen wir das sicherstellen mit die tausend jahre lang nach vorn haben also wenn die macht auf einige wenige leute konzentriert das ist für die gebundenes fassen die uns zu sehen oder zu erpressen oder sonst wie zu ein aber die Frage ist alle berechtigt die Frage ist nur wenn wir bedenken trägerei betreiben laufen unsere fristen weg ganz einfach nach wenn wir den deutschen nationalstaats regeln der 34 bestand und der mit der ddr geführt worden ist die hat mit anderen wirklich zu tun die alle jürgen haben gesagt wenn hier eine geeignete Regierung zustande kriegt dann gibt ihr einen widensvertrag wir brauchen keine widensvertrag das ist richtig gegen wen hat der Kaiser Krieg geführt der Kaiser ist verstanden der Kaiser hat gegen Ami keinen Krieg geführt hat gesagt sobald der Ami seinen Fuß reinsetzen machen wir den Wasser stehen ganz einfach der Kaiser war im zweiten Welt gegen beteiligt da braucht kein Friedensutag da braucht die Friedensutag das ist der Weimarer Blick hat ein Problem aber das sind unsere Probleme Weimarer Blick muss den Versailler Vertrag erfüllen weil wir bestimmen haben aber nicht der Kaiser Vertrag der Versailler Vertrag an der Hand hat die Weimarer Rückblick nicht abgewickelt hat er nicht hat keine Nichts verstanden, Frau Käfer-Weser. Na gut. Keine Frage, dass er in der Zeit wesentliche Sachen für einmal im Blick rückabbedingten hat. Keine Frage. Aber er hat gegen allgemeines Volkerecht verstoßen nach Kämer gegen Russland-Ränderschaft. Und damit keine Chance.